Achso... Ja, so schnell. Alles klar. Haben Sie vielen Dank und weiterhin alles Gute bei der Jobsuche. Ja? Wiederhören. So, jetzt haben wir fast alle Frauen durch. Wo? Eine fehlt uns, die Mord. Also von der haben wir weder die Speichelprobe noch die Aussage, die ist momentan nicht zu erreichen. Aber ich bleibe weiterhin dran. Bei dir? Doch, der Typ, gegen ihn das Opferanzeige wegen Körperverletzung erschattet hat...